Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Meine Schäme! Tut mir leid, ich muss erst mal ein bisschen Luft aufbomben. Moin, Lothar! Frau John, schöne Feiertage! Morgen! Moin! Hallo! Hallo! Grüß dich! Hallo! Egon! Hallo! Schönen Gruß an Uwe! Schönen Gruß an Herbert! Machen einen Dokumentarfilm über mich! Der Autogrammkarten gibt's später! Ja! Ich bin schon etliche Male ein Tode von der Schaufel gehöpft. Ich nehme meine Krankheit mit viel, viel Humor auf. Und die hat 43 Jahre gehalten, die Ehe. Und dann war's Schluss. Wir haben was Humor verbreitet. Da habe ich mich nackig aufs Bett gelegt. Ich sage so, jetzt kannst du dich bedienen. Du weißt, wo alles liegt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überrolle. Los geht's, Kameraden! Es geht retour! Hallo! 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 Jetzt brauche ich nur ein Stückchen Butter. Ja, ich sitze doch! Verzimb�ung! Ja. Vielen Dank.